Was bei den Dingen, glaube ich, auch sehr wichtig ist und das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, weil wir reden ja viel über eben diese Methoden, die Tools und vielleicht die entsprechende Rahmensetzung, aber was ich immer für einen sehr interessanten Punkt finde ist, und ich glaube, das wissen wir auch alle aus eigener Erfahrung, jetzt mit dem Journaling vermutlich noch mehr, ist, dass viele dieser, also um diese Methoden nutzen zu können, wie diese Verkettung, die du gemeint hast, bedarf es ja erstmal eben einer entsprechenden Reflexion oder einer Analyse, aber, und das, wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal nebenbei erwähnt, das ist unheimlich schwierig überhaupt für sich selbst auf diesen Punkt zu kommen, weil nämlich das sehr, sehr unangenehme Fragen mit sich zieht. Und das natürlich bedeutet, dass man wirklich in den Kern auch seiner eigenen Persönlichkeit, seines eigenen Charakters mal vordringen muss. Und da möchte ich nochmal das Journaling herausheben, was wir immer sagen, ist, das Schöne an dem ist, da kann man alles für sich selber aufschreiben, weil das ist nicht für jemand anderen gedacht. Das heißt, da kann man von mir aus, man kann auch einfach diese Blätter nehmen, aufschreiben und dann am nächsten Tag wieder wegschmeißen. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mir die behalte und dann jedes Mal meine unangenehmenen Sachen nachlese, auch wenn das sicher auch positiv sein kann, um vielleicht eben meinen Fortschritt darin zu sehen. Aber man muss sich diesen Dingen erstmal stellen. Und dann geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mich auch nicht mehr so aufschreiben. Vielen Dank.